Die Börsenminute von Julia Kistner Ja, natürlich. Eine davon ist Adidas, wo ich sogar zweistellig im Minus bin. Ja, und was mache ich da? Nicht wegschauen. Ich knüpfe mir die Aktie vor und schaue mir zunächst an, wie sich die Konkurrenz im Vergleich entwickelt hat. Auch Nike und erst recht Puma sind im Minus. Also offenbar kein gutes Umfeld für die alten hochpreisigen Sportmarken. Und warum? Vor allem, weil ihnen mit China ein wichtiger Markt weggebrochen ist. Nicht nur wegen Chinas Covid-Politik, auch weil im Top-Markensegment bei Sportschuhen chinesische Marken erfolgreich vorgedrungen sind. Die Chinesen X-Tap, Anta oder Peak sind den westlichen Platzhirschen zwar auf den Fersen, doch ich glaube nicht, dass die Adidas, Nike, Pumas und Co. so schnell eingeholt werden. Der Einbruch in China erklärt allerdings noch nicht, warum Adidas überdurchschnittlich schlecht im letzten Jahr performte. Da kam noch die Trennung von ihrem Markenbotschafter Rapper Kenny West nach dessen antisemitischen Entgleisungen hinzu. Der Ausstieg aus der GC-Design-Schuh-Kooperation soll Adidas kolportierte 250 Millionen US-Dollar kosten. Doch das dürfte Adidas zumindest nicht dauerhaft belasten. Das wird schon der neue Adidas-Chef Björn Gould von Puma kommend widerrichten. Von ihm erwarte ich mir ohnehin noch Rückenwind für die Adidas-Aktie. Fazit? Trotz zweistelliger Verluste glaube ich noch an Adidas, auch wenn die Ratingagentur S&P die Kurz- und Langfristbonität des Unternehmens aus den genannten Gründen herabgestulft hat. Also bleibt Verlustbringer Adidas bei mir zumindest vorerst im Depot. Wenn ich mir unsicher bin, ob ich an einem Verlustbringer festhalten soll oder nicht, dann mache ich es wie Warren Buffetts Kompagnon Chalimanga. In Word, always in Word. Nimm die konträre Position ein, argumentiere für dich, warum du beispielsweise Adidas aus dem Portfolio schmeißen solltest oder warum du den deutschen Sportschuh-Produzenten nicht kaufen würdest. Wofür kannst du schlüssiger argumentieren? Pro oder Contra? Für mich eindeutig noch Pro-Adidas. Die nächste Fußball-EM und WM kommen bestimmt. Die nächste Folge der Geldmeisterin ebenso. Ich hoffe, wir hören uns schon am Wochenende wieder. Schönes Wochenende wünscht Podcast-Host Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.